Es können nur diejenigen Unternehmen langfristig am Markt bestehen, die ihre Produkte und Abläufe ständig auf den Prüfstand stellen und verbessern. Stagnation in der Entwicklung führt unweigerlich zur Gefährdung der Existenz der Unternehmung. Es reicht in der Regel nicht aus, nur die technischen Unternehmensprozesse zu optimieren. Das organisatorische Umfeld übt einen erheblichen Einfluss auf die Produktivität einer Fertigung aus. Optimierung der Materialversorgung, leistungsgerechte Entlohnung, termintreue Fertigungssteuerung sind nur einige Ansätze, welche die Arbeitssituation in produktiven Systemen verbessern können. Die Zerstörung der Umwelt lässt heute immer öfter die Frage nach dem sinntechnischen Fortschritts aufkommen. Was nützt zum Beispiel ein neues Cabrio bei Smog? Darüber hinaus lohnen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt auch aus anderen Überlegungen. So führt zum Beispiel die Reduzierung des Energieverbrauchs nicht nur zu einer Verringerung des Schadstoffausstoßes, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen. Ziel der Rationalisierung ist es unter anderem, Arbeitsabläufe schneller, sicherer und stabiler zu machen. Für einen Maschinenbediener könnte dies bedeuten, weniger körperliche, dafür aber anspruchsvollere Tätigkeiten.